Hallo zusammen, ich bin Dean, er ist Fabio. Wir machen die Ausbildung als Fachmann Betriebsunterhalt EFZ hier am AZB. Wir würden uns immer wieder für diesen Beruf entscheiden, weshalb sind wir jetzt. Dass die Entscheidung leichter fällt, noch vier Gründe der Ausbildung hier im AZB zu machen. Es hat sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten und die Unterstützung hierin ist super. Es ist ein vielfaltiger Beruf und mir gefällt das Team sehr gut. Jetzt habt ihr mal einen kleinen Einblick bekommen. Willst du auch zu unserem Ausbildungsteam hören? Dann komm und bewirte dich hier im Alterszentrum am Bachgraben. Vielleicht sieht man sich schon bald. Das ist ein vielfaltiger Beruf und das ist ein vielfaltiger Beruf und das ist ein vielfaltiger Beruf. Das ist ein vielfaltiger Beruf und das ist ein vielfaltiger Beruf und das ist ein vielfaltiger Beruf. D tool Discovery – das ist ein vielfaltiger Beruf und mein훪��